Hallo und willkommen zurück zur Chaos League. Wir sind immer noch im Cup, haben beim letzten Mal gegen eine Premiership-Mannschaft gewonnen und sind jetzt weiter und müssen gegen einen Erstligisten antreten. Also, erste Liga ist ja unter der Premiership. Gegen einen Erstligisten antreten, Black Bones. Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon geschaut. Black Bones und Untote hier auf dem zweiten Platz, auf der linken Seite der Liga. Ähm, die haben einen Helden und zum Glück keine Mumie, aber eine Menge Spielmaterial an sich, was austauschbar ist. Das heißt, ich werde, äh, ich weiß nicht, ob ich jemanden jagen sollte, vielleicht einen der Ghouls oder so. Aber das überlege ich mir gleich. Vorher habe ich noch gesehen, äh, ich habe ja einen Zombie mit 20 Erfahrungspunkten und der braucht kein Parry mehr. Parry hat er schon, Parry lässt sich nicht mehr weiterleveln. Deswegen habe ich mir überlegt, entweder nehme ich jetzt Final Blow, was macht, dass er eben, äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stärkere Wunden verursacht, wenn er jemanden besiegt. Oder, was für ihn vielleicht besser ist, weil er eben nicht so der kampfstärkste Spieler ist, äh, dass ich Anabolic Steroide nehme, dass die maximalen Lebenspunkte eben um 12% erhöht. Dann hätte ich noch ein paar Punkte übrig und da der sowieso schon eigentlich so weit so schön ist, wie er mir gefällt, würde ich dann noch hier Below the Belt nehmen, das einfach nur, äh, um einen Wildheit erhöht wird und, äh, 2% Chance, dass der, äh, alle Breathpoints verliert. Also, dass wenn ich ihn besiege, dass der kein Atem mehr hat, keine Atem nicht mehr, sozusagen. So, dann hat er erstmal wieder zwei neue Skills, ist also schon richtig gut ausgebaut. Sein Vertrag läuft bis Ende Jahr 3, wir sind ja gerade im Jahr 2 am Ende. Ähm, das heißt, mindestens ein Jahr geht das noch. Und ich muss eben nur auf seine Langlebigkeitspunkte achten, wobei es potenziell einer wäre, der dann nach der nächsten Saison dann, oder der nach der Saison dann rausfliegt. So, ähm, der Ghoul spart weiter auf seine 120 Erplanungspunkte, der muss ich auch langsam mal einen Auswechseller finden, das heißt einen zweiten Ghoul. Oder eben mal schauen, wie die Hero-Situation in der nächsten Saison ist. Und die anderen, ja, die Mumie, hatte die jetzt noch was, was ich sparen wollte? Ich glaube, ähm, das sind nur einige Sachen, die gut wären. Also, Hysteria finde ich jetzt nicht so gut. Es gibt eine Wildheit und macht, dass er eben, wenn ein Gegner aus dem Kampf flieht, dass der weiter hinterher rennt. Dass es als Mumie jetzt nicht so toll ist, weil die einfach mal viel zu langsam ist. Und damit viel zu lange beschäftigt ist, wenn sie dann dem weiter hinterher rennt. Wenn sie einfach, wenn der Gegner entkommt, stehen bleibt und auf den nächsten wartet, den sie dann umhauen kann, dann ist das ein bisschen sinnvoller, finde ich, bei einer Mumie. Bei anderen jetzt, bei den Zombies oder so, wäre das vielleicht sinnvoller. So, aber Lebenspunkte erhöhen könnte man machen. Naja gut, das soll länger auf dem Boden liegen, wollte ich ja eigentlich ursprünglich nicht haben. Jaa... Mh... Active Ability... Ich spare das mal bei ihm. Es sind 13, mit 16 gibt es ja auch noch einige Skills. Die haben, glaube ich, alle auf Parry gespart, jetzt. Ja. Und dazu brauchen sie 20 Erfahrungspunkte, das heißt, das geht also noch nicht. Ähm... Die beiden hier sind auch ein bisschen hinterher. Der hat schon Parry. Und Mighty Blow, der hat beides noch nicht. Mighty Blow wären 16 und Parry wären 20. Das heißt, der ist ein bisschen hinterher mit den Erfahrungspunkten. Gut, ähm... Dann starten wir mal einfach das Spiel, würde ich sagen. Noch irgendwas? Nein. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht gewinnen. Äh, das Spiel ist jetzt nicht so viel wert. Ich sollte vielleicht auch jetzt einfach nur Angebigkeitspunkte regenerieren lassen, indem ich einfach ein paar Spieler durch Skelette ersetze, wenn ich jetzt eh nicht gewinnen will. Aber das Spiel ist noch gewinnbar, deswegen... ...habe ich da nichts gegen, wenn man das gewinnt. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich hier wirklich... ...über Angebigkeitspunkte sparen will. Ich meine, ich könnte einfach nur meine Skelette alle vorne aufstellen und meine anderen Spieler alle stehen... ...die Angebigkeitspunkte regenerieren sollen, äh... ...hinten stehen lassen. Das würde auch gehen, aber... ...ja... ...jetzt will ich erst mal... Also zwei Hooligans, die hatten nämlich, glaube ich... ...hier... ...4 Chill-Leader, da lohnt sich das schon. Die können wiederbeleben und die können fünfmal wieder aufstehen lassen, wenn einer auch un-own wurde. Das heißt, da muss ich auch vorsichtig sein. Ich werde keinen, wie gesagt, jagen. Ich werde den Helden dopen... ...äh, Doping testen. Und bei mir einen der beiden Zombies, den ich gerade gesehen habe, den Zombie... ...einer von den beiden. Selbst do... Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ne... Jetzt habe ich hier das Vieh erwischt. Äh... Meine, meine, meine Zombies... Meine Zombies, der hat 22, den dope ich. Die, ja, ro, der... Also der mit dem kürzeren Namen mit ist. Ähm... Zombies, die, ja, ro, da. Den dope ich jetzt. Wenn der erwischt wird, dann wird er ausgeschlossen aus dem Spiel. Ist aber nicht so schlimm. Äh, den dope ich jetzt. Und ich werde jetzt dopen meinen Ghoul. Wenn der jetzt ausgeschlossen wird, nämlich aus dem Spiel, dann spart der... Äh, dann regeneriert der Langlebigkeitspunkte, wenn ich mich recht entsinne. Er hatte 110, der hat... Mal gucken, wenn er jetzt erwischt wird, wie viel er dann hat. Wenn er nicht erwischt wird, hm... Oh, nicht schlecht. So, und dann würde ich die beiden Ghoul von ihm noch Doping testen. Weil die sonst zu schnell sind, wenn sie gedopt werden. Ich habe den Helden, aber er spielt ohne Helden. Also das ist ein Easy-Spiel. Das ist kein Problem, das Spiel. Wenn er keinen Helden hat und keine Mumie... Gut. Er wollte seinen Helden dopen. Ja. Willkommen beim Spiel. Reißen Sie zusammen mit dem Publikum. Diese modernen Gladiatoren willkommen. Mache ich jetzt eine sparsame Aufstellung? Die haben ja auch nur so ein Viechzeug. Ja, jubelt Ihnen zu. Sie brauchen ein wenig Aufmunterung. Denn der Abend verspricht blutig zu wehren. Ich habe den gedopt. Den lasse ich diesmal im Mittelfeld stehen. Warum machen Sie das? Ich will das Spiel sehen. Würde ich sagen. Das sind die beiden Verteidiger diesmal. Und meine... Mein Ghoul ist natürlich gedopt. Und dann würde ich fast auch ein bisschen Langlebigkeitspunkte sparen wollen zumindest. Na, ich werde den hier mit rausbringen. Den Helden mit rausbringen. Und dann werde ich bei der Mumie hier die Langlebigkeitspunkte sparen. Indem ich jetzt noch die drei mit rausbringe. Was hält man davon? Ich meine, die haben kaum kampfstarke Viecher. Das ist der Vorteil jetzt. Achso, Lebenspunktebalken und so. Alles bei allen einblenden. So. Ich finde, das ist eine gute Idee, so. Kann man mal ein bisschen anfangen mit sparen. Ich meine, ich habe jetzt keine Skelette aufgestellt, aber... So, eins, zwei, drei, genau. Bisschen nach vorne. Du gehst gleich da ganz vor. Das ist 80er Speed. Das ist sehr schön. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob die noch andere gedoped haben. Ich kann ja mal kurz Pause machen. Doping, doping, doping. Nee, sieht nicht so aus. Also, ich sehe gerade keine. Gut. Hier haben wir ein gedopter Mittelfeldspieler. Wo ist eigentlich der Ball? Da hinten. Ganz schön erbärmlich, wenn du mich fragst. Oh, Kamera. Raus. Zauber. Raus. Und... Jetzt wird gleich ein Verteidiger hier angelaufen kommen, glaube ich. Oder? Nein, der rennt hinter zu meinem Stürmer. Die rennen alle dahinter zu meinem Stürmer. Na, dann machen wir einfach mal einen Punkt. Hast du das gesehen? Das ist mal ein Pass, ihr habt. Ja, sehr schön. So, wenn hier unten steht, Accomplished Along Pass, dann zählt das in der Liste. So, kurze Ball. So, und das... Also, ich habe das mal irgendwann früher mal analysiert. Das hier heißt, das wird auch aufgelistet als gefangen. Das hier heißt, er kriegt dafür Erfahrungspunkte, dass er gefangen hat. So, und wenn jetzt mal bei den Punkten das gleiche kommt, dann kriegt er dafür auch einen Erfahrungspunkt. Aber dafür kriegt er keine Erfahrungspunkte, das ist einfach nur die ganzen Standard-Sprüche. Aber er hat auf jeden Fall schon mal Erfahrungspunkte für den Pass fangen bekommen. Wären wahrscheinlich nur 4 oder 5 sein, aber immerhin. Eine Interception würde ihm wahrscheinlich gut tun. Na, die Gegner jubeln auch das Publikum an. Den könnten wir jetzt eigentlich auch kämpfen lassen. Nein. Ah, schade. So, ihr habt alles tot von denen. Ganz easy. Und einfach... Was ist jetzt mit meiner Mumie los? Dieser Spieler hatte genug. Ach, das waren doch nur ein paar Schläge. Da kommt noch mehr. So. Jetzt kämpft er schon wieder, Leute. Hey, sieh mal da drüben. Ein weiblicher Fan zeigt seine Hingabe. Dieser Anblick erinnert mich daran, dass dies der tollste Sport der Welt ist. So, und die kämpfen alle um den Ball. Das ist lustig. Es bringt das Publikum aber so richtig in Fahrt. Gut, gut, gut. Hoffentlich passt sich das Spiel dann auch an. Du schnappst ja mal den da hinten. Dieser Spieler verbringt mehr Zeit in der horizontalen als in der vertikalen Position. Vielleicht ist er müde? Ach, naja. Dich schnapp mal, Arona. Das ist kein Problem. Er hat den Ball. Ne, Minen brauchen wir. Ach, jetzt habe ich da hinten eine Mine gelegt. Ich bin doch auf die Wandsinn. Vielleicht bringt es ja was. Na ja, wenigstens braucht er beim nächsten Spiel keine neuen Schuhe. Diese sind ja noch so gut wie neu. Wenn er so weitermacht, wird es kein nächstes Spiel geben. Super. Der benutzt seine Motivation auch wie es üblich ist. So. Hier hinten wird noch fleißig gekloppt, habe ich. Die dürfen gar nicht am Leben bleiben hier. Ich würde sagen, dass die Cheerleader heute wieder besonders gut aussehen. Ja, sie sind der einzige Schlag unter die Gürtellinie, den ich gern bekomme. So, jetzt schnappen wir uns mal den Ball. Und hauen den einfach hier irgendwo vor. Gucken, ob es... Das war ein Pass. Da träumst du von. Gefährlich. Jetzt könnte gleich ein Komet kommen. Ball ganz vor. Wenn es ein guter Pass ist, dann sind die Zuschauer wieder ein bisschen glücklicher. Nein. Er hat den Ball. Das wird wohl ein Punkt für den Gegner. Können Sie so dicht vor der Linie noch etwas ausrichten? Ich weiß es nicht. Touchdown! 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 Oh, verzeihung. Ich bin vom Stuhl gefallen. Touchdown! Ich habe mich zu sehr hinten aufs Kloppe konzentriert, merke ich gerade. Also, ich sollte mehr hier auch wirklich mittelfeld meine Spieler lassen. Aber er hat so viele Motivationen dafür ausgegeben, um mich da umzuhauen. Der Boden nicht dick, denn er frisst viel davon. Ich hoffe, er lässt den Mund zu. Oh Mann, das war gut. Toll verpisst, wenn du mich fragst. Er hat den Ball. Yeah! Das sieht für mich nach einer Verletzung aus. Ich hasse es. Yeah, ich habe den Gegner verletzt. Ihnen scheint es an Entschlossenheit zu bringen. Tooon! So muss das aussehen. So will ich gewinnen. So, geht's mal weiter? Ich warte. Weicht mal. Genau. Weicheier. Kloppt euch. Versteckt euch nicht, kloppt euch. Ich habe es ja im Baller noch mal. Ja, der Overkill. Er wollte den Typen sowieso umlegen. Noch mehr von den Raufereien und er steckt in Schwierigkeiten. Er schafft es ja jetzt schon nicht mehr. So, dahinten. Du gehst da hinten. Ach nee, du brauchst den. Pff. Dieser Nebel ist doch die perfekte Zahlung, hä? Jetzt muss doch nicht mehr schüchtern sein. Bewege dich! Bewege dich! Und du rennst einfach mal durch. Beziehungsweise gibst du den Ball ab und haust den dann um. Und du rennst mit dem Ball durch. Nee, das ist eine Mumie. Yeah, meine Mumie. Hat einen Punkt gemacht. So will ich das sehen. Jeder darf mal. Ja, sehen wir meine Spieler kann mal. Sie lieben diesen Kerl. Jetzt ist es Zeit, den ganzen Taten folgen zu lassen. Mhm. Von dem Mann vom Gegner hat sie gerade gehielt. Hab ich gehört. Jetzt hier noch weiter. Und es geht wieder los. Das Spiel sollte besser an Tempo zulegen, denn ich langweile mich. Ja, aber echt. Er sucht dafür, dass sein Körper nicht auseinanderfällt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einen die Beine verlassen. Genau in die Hände. Wie geschmiert. Er benutzt die Monstermauer. Sie hoffen auf ein schnelles Opfer. Warum nur eins? Ich hoffe auf ein Dutzend. So, einfach mal mit dem Ball vorgehen. Gucken, was rauskommt. Wir sind relativ schnell durch das Doof-Ding. Pfff. Er ne geklatscht hat er dem. Na, aber echt. War der Shiri eigentlich schon mal irgendwann zu verkloppen? Nein, dieser Spieler isst noch das Spielfeld auf. Hoffentlich kaut er mit geschlossenem Mund. Die Spieler sollten ein gutes Vorbild für die Kinder zu Hause sein. Er ist ein hervorragender Werfer. Und auch ein verdammt guter Koch. Das kannst du aber singen. Er hat den Ball. So, jetzt will ich mal ganz kurz das... Wunderbar! Ja, meine Mine hat mal Sinn. Er hat den Ball. Ähm, kriegst du den Ball vor zu meinem Helden? Genau aufs Ziel. Ach, komm schon, das war nicht schwer. Das sind Profis. So, der Befehl war vorher da, deswegen hat er nicht so die Probleme damit. Also wird nicht getackelt auf Deutsch. Na, das ist doch mal eine gute Idee. Sondern kämpft ganz normal. Es sieht aus, als hätte er Sprengstoff in den Fäusten. Sie brauchen schon mehr als einen Mann, um den aufzuhalten. Es wäre schon ein Wunder, wenn er wieder auf die Beine käme. Es wird immer enger. Enger und enger! Du bist aber wirklich ein guter Beobachter. Wirf mal einen guten Pass. Und du fängst mal einen guten Pass. Und vielleicht kriegen beide Erfahrungspunkte. Mal gucken. Long Pass geworfen. Keine Erfahrungspunkte. Gefangen. Keine Erfahrungspunkte. Tor gemacht. Keine Erfahrungspunkte. Nicht gut, aber mein... Oh, frag mich nicht. Das ist zu hoch, als dass ich es mir merken könnte. Ähm, es steht nun sehr hoch, zu sehr wenig. Mhm. Das war ein nächster Schlachtruf der Fans. Ja, jetzt stehen die Fans hinter ihnen. Wir können uns auf etwas gefasst machen. Das war ein guter Aufwärtshaken. Es geht doch nicht über dieses Faust-auf-Kinn-Geräusch. So, ihr schnappt euch mal den Typen mit dem Ball. Oh ja, dem Leder halt. Je nachdem, wie man es nennen will. Er hat den Ball. Er hat gerade Speed aktiviert und hat aber nichts davon gehabt. Ich würde gerne mal den Schiri verkloppen. Und allgemein hier ein bisschen was treten oder so. Hier, tritt mal. Empörend! Das ist reines Trampeln! Wirklich empörend! Mach's nochmal! Nun, noch ein Angriff auf einen Spieler am Boden. Nun ja, er hatte sich hingelegt und das Bein sowieso nicht mehr benutzt. Das ist ziemlich hart für ein kleines Fouls, finde ich. Das war sehr knapp. Was denkt sich der Schiedsrichter dabei? Der hat mit noch. Ist aber... Oh, der Speed von dem wurde verringert. Und man sieht. An der Pfütze hier, an der Schlampfütze. Nee, aber ich hatte ganz knapp noch, weil... Hätte ich vorher bestochen den Schiri, hätte der... Der hat ja nochmal getreten. Nach dem Treten wird dann nochmal gerechnet. Und dann hätte der nach dem Treten sofort wieder... ...das gekriegt, diese... ...dieses Problem. Ich glaube, jetzt wird der Mannschaftsarzt benötigt. Deswegen musste ich wirklich bis zum letzten Moment warten. Und das war genau der richtige Moment, dass es... ...dass das ging. Naja, er brauchte die Zähne sowieso nicht. Vielleicht hätte er sie einsetzen sollen. Weißen kommt diese Saison immer mehr in Mode. Ouch! Und er nutzt auch noch die Masterpower. Clevere Leute würden dem einfach aus dem Weg gehen. Doch wenn sie clever wären, würden sie nicht in der Chaos League spielen. Also, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Zwei Minuten noch? Naja, könnte man eigentlich mal treten, oder? Ich hole dir mal ein paar Erfahrungspunkte ab. Hast du der Schiri gesehen? Ja. So, jetzt will der Schiri verkloppt werden. Und jetzt geht's nicht. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Du bewachst den da. Na, sicher. Vielleicht ein paar Kräuter. So, ihr schnappt euch den. Da ist der falsche. Da steht einer. Der muss verkloppt werden, aber der wird nicht... Doch, der wird verkloppt. Gut. Ne, der wird nicht verkloppt. Du musst... Du musst den da verkloppen. Du schnappst dir den, du schnappst dir den. Gut. Damit wir jetzt nicht noch sowas hier haben. Die Kämpfe überkreuzt. Die Fäuste sind alle in der Mitte. Ich mach jetzt keinen Touchdown, das weiß ich. Wenn, dann trete ich lieber nochmal und ich lasse ein paar für den Platz gehen. So, der Held schnappt sich hier den. Du hilfst. Der da ist immer noch nicht. Er war ein schlechter Spieler, aber er kriegt einen guten Dünger. Äh, ich glaube nicht, dass er schon tot ist. Hervorragendes Tackling. Ne, nicht hart genug für meinen Geschmack. Wo ist das Blut? Habe ich noch einen Verteidiger? Ja. Das wird jetzt ganz gefährlich. Wieso kann ich keine Meni setzen? Wurdest du noch fertig mit Kämpfen vorher? Nein, 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 nein. Risiko. Ja Gut gemacht So und du schnappst jetzt den vielleicht Nein, er hat sich gehalten Schade, dann bleibst du hier Ähm, wir haben trotzdem noch zu kämpfen hier Hab ich so das Gefühl Ich brauch alle jetzt hier in der Nähe des Balls Nein Ah, Mine Die Endzone ist nur noch zentimeter entfernt Äh, da hinten steht aber wieder einer Oh, wieso sind meine Spieler alle da vorne Achso, ich hab keine mehr ganz einfach Ihr tretet mal Es ist egal Gut, dass ich nach dem Spiel hier nichts sauber machen muss Was wohl ein Punkt gegen mich Oh Mann Alle Skelette raus Die Mumie bleibt weiter draußen So, die konnten sich jetzt heilen Na ja, egal Ich will doch nicht, dass jetzt jemand anderes Langlebigkeitspunkte verliert Jetzt geht's endlich weiter Man sieht sie nicht mehr So Der Trainer hat Übles im Sinn Der Gegner sollte gut aufpassen Na, weg hier und weiter Ich will jetzt keinen Punkt mehr kurz vor Schluss riskieren Alle nochmal treten Ist ja eh vorbei So, er hat gute Erfahrungspunkte gekriegt Aber wurde dann vom Platz geschickt Zwei Verletzungen, zwei Receptions Mit einem von hat er sechs Erfahrungspunkte bei jeweils bekommen Beziehungsweise sechs da und fünf da Okay, also hat er wieder elf Erfahrungspunkte mehr Die Gegner haben auch mal den Schiri verkloppt Das hab ich gar nicht mitgekriegt Naja Geistig nicht anwesend Also ich hab gewonnen Die haben mehr Geld Cool, nicht? Ich hab auch mehr Cheerleading Also Naja, wird egal Ignorieren wir Ja, also Das war das Spiel für heute Wir sind jetzt weiter im Cup Und müssen wieder gegen ein Premier League Es gibt da kaum noch andere Außer Premier League, Leute Übrig Guardians of Law Ranking Premiership Das sind die allererstplatzierten Oh Gott Also hier werde ich wohl wirklich nur Skelette aufstellen So wie ich sie habe Und überlegen Was ich da rauslassen kann Und aufstellen kann Werde ich wohl machen Weil Da habe ich keine Lust Jetzt hier Demütigt zu werden Von Obwohl So viel Speed haben die gar nicht Ich dachte immer Praetorianer waren extrem schnell Ach nee Das sind hier Ach Das sind Mercenaries Ich dachte Das war die Praetorianer angewählt Als das Praetorianer sind Das sind Mercenaries Die haben ja von allem was Da könnte ich sogar schaffen Das sind zwei Helden Ein schneller Praetorianer Und ein paar Drei Sinnvolle Kämpfer Sag ich mal So Sechs Mist Habe ich nicht gesehen Sechs sinnvolle Kämpfer Es wird gefährlich Dann werde ich wirklich meine Aufstellung so platzieren Dass die Langnüblichkeitspunkte bei den Spielern Die ich unbedingt behalten will Regeneriert werden Und die anderen Haltungen aufgestellt werden Und wenn ich dann verliere Ist es nicht schon Wenn ich gewinne Dann kann ich es nicht glauben So Sagen wir es mal so So die Erfahrungspunkte von Unserem Stürmer Bleiben ja noch gespart Bis er 120 übrig hat Und die anderen Hat meine Mumie jetzt Regeneriert War das die? Ja Ich weiß gar nicht wie viel Ich habe gar nicht geschaut Egal Das war es also für heute Bis zum nächsten Mal Tschüss